Ich will mein Stück vom Kuchen der Welt. Wie erfüllt man einen unbekannten Auftrag? Was kann mein Auftrag sein in dieser müßengen jeseits der Zivilisation? Wir waren auf Jamaika angekommen, bei Emissäre des französischen Konvents. Unser Name, die Bissung der Judik des Portas. Was hat ein Generalsputsch in Paris mit der Befreiung der Sklaven auf Jamaika zu tun, die unser Auftrag ist? Jetzt kannst du sterben. Krag den ein. Was du heute nicht verrätst, wird dich morgen töten. Ich verstehe nicht. Ich weiß von keinem Auftrag.